Ja moin und Servus zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal, ein neuer Talk. Ja ist ja schon wieder ein paar Monate her, ist ja nichts Neues, ist ja nichts Neues mittlerweile hier auf diesem Channel. Ja mein Name ist MTC und willkommen zu einem neuen Real Talk hier auf diesem Channel. Ich bin, wie schon im Community Tab, im Beitragstab erwähnt, bin ich kurz vor meinem endlich langersehnten Umzug in eine neue Butze und ich dachte mir so, komm, machst du doch einfach mal ein bis zwei Videos. Und ich habe da an ein Thema gedacht, was mittlerweile ein bisschen aktueller ist, was immer wieder umstritten ist, immer wieder diskutiert wird. Und zwar geht es um das Thema Body Positivity. Und ich wollte ein Video machen über das Thema, ein sehr kritisches Video, weil mir diese ganze Bewegung teilweise oder zu großen Teilen auf den Sack geht. Und ich dachte mir so, weißt du, bevor dann irgendwelche Leute ankommen und sagen, ja aber warte mal, warte mal MTC, wie kannst du über diese Bubble hetzen? Du bist doch selbst übergewichtig. Und heute werde ich ein Video machen, das sich um dieses Thema dreht. Ich werde einfach mal freie Schnauze rauslabern, was ich so denke, was ich so fühle, was ich empfinde. Und ich habe es ziemlich sehr, sehr schwer, YouTube-Videos aufzunehmen, weil ich bin in diesem ganzen YouTube-Videos drehen und streamen und quatschen, Dingen gar nicht mehr so aktiv drin. Das ist meine eigene Schuld. Wie ihr wisst, ich war super, super lange demotiviert und sehr faul und sehr bequem und träge und vor allem super müde. Es ist alles zusammengekommen und der innere Schweinehund hat gesagt, nee, ich kann nicht, ich möchte nicht, ich will nicht, ich kann überhaupt nicht mehr, geht nicht. Und heute wird es ein Thema sein, was für mich persönlich noch mehr Stärke erfordert, als ein Thema, was ich ja schon sehr oft auf YouTube besprochen habe, nämlich das Thema Depression. Ich habe schon sehr, sehr oft angesprochen, das Thema. Und das Video jetzt, das Thema in diesem Video wird sehr viel mehr Stärke erwarten, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich schon seit Jahren nicht mehr wirklich befasst habe. Und zwar wird es heute um das Thema Übergewicht gehen. Ich werde heute erzählen, was mein höchstes Gewicht war, was mein aktuelles Gewicht ist, was meine Ziele und Pläne sind, was ich schon seit mehreren Wochen bzw. Monaten durchziehe, was mir persönlich gut tut, wie es mich verändert hat. Die positiven, eventuell auch negativen Seiten, je nachdem. Und das erfordert meiner Meinung nach sehr viel mehr Stärke als ein Video über Depression. Ja, danke erstmal, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr da zugeschalten habt. Ist ja schon wieder eine sehr lange Weile her, abgesehen von den Podcasts. Ja, ich werde in diesem Video natürlich Timestamps, also Kapitel, Marken einfügen, dass die Leute, die sich nur für das Thema Abnehmen interessieren, oder Fitness abnehmen, dies, das, dass sie halt zu dem Punkt hinspringen können, ne. Von dem abgesehen. Gut, fangen wir mit dem Thema an. Übergewicht. Ein Thema, was sich viele Menschen nicht so zu Herzen nehmen. Und mit nicht so zu Herzen nehmen, meine ich, dass die Leute das Thema weitestgehend ignorieren. Also betroffene Menschen mit Übergewicht. Und das ist auch ein Thema gewesen, was mir persönlich immer mehr egal wurde. Durch meine Depression, die ich schon seit meiner Teenager-Zeit mit mir rumtrage, die ganzen Sachen, zerbrochene Freundschaften, Misserfolge in irgendwelchen Sachen, was Hobbys, Beruf und so weiter angeht. Diese ganzen Misserfolge, dieses ständige Negative, diese ganzen Downs, die ich erlebt habe in den letzten Jahren. Ich habe immer weniger YouTube-Videos gemacht, gestreamt, irgendwelche Projekte durchgezogen. Ich habe immer gesagt, ah, nee, komm, egal, komm, scheiß drauf, ne. Das nächste Mal. Und dieser innere Schweinehund, mir war das irgendwann zu dumm. Ich hatte, ich werde einfach mal mit der Tür ins Haus fallen, ich hatte dieses Jahr, 2023, das Höchstgewicht war im Januar, da hatte ich 151 Kilo. Das war mein Höchstgewicht. Und ich habe natürlich gewusst, dass ich immer übergewichtiger werde. Mehr gewichtig, ich sage ja so viele von dieser speziellen Bubble, die ich angesprochen habe, finde ich total dumm, du bist übergewichtig, das ist nicht der Norm entsprechend, fertig, aus, Punkt. Gibt es nicht weiter darüber zu reden. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, das sind ja alles Ausreden. Das sind, oder meistens Ausreden. Die meisten Aussagen sind Ausreden. Du kannst trotzdem mit diversen Krankheiten versuchen, dann den Kaloriendefizit zu senken und so weiter und so fort. Ich lasse das alles drin, diese ganzen Versprecher und so weiter. Wir sind hier nicht bei irgendwie, komm, ich mache mal ein bisschen Unterhaltung, sondern ich rede heute über ein Thema, was sehr wichtig ist. Für mich sehr wichtig ist, für einige da draußen, für sehr viele Leute, die darüber nicht reden. Es gibt ja im Internet so viele zahlreiche Fitnessvideos und das und das musst du ändern. Heute werde ich aber ein bisschen von meiner Sicht reden, was das Positive ist, wenn man abnimmt. Was das Negative ist, wenn man nicht abnimmt. Weil es betrifft mich ja. Ich hatte Anfang des Jahres 2023 151 Kilo. Und ja, ich habe kein Problem damit gehabt, mich zu wiegen. Ich wusste aber, mein Aussehen wird immer bescheuerter. Und dadurch, dass ich sowieso eine Negativhaltung zu Menschen habe, dachte ich mir so, naja, dann bin ich halt übergewichtig. Na ja, wen stört es so, ist halt mein Körper. Hat niemandem was anzugehen. Und ich war fein damit. Ich war fein mit dem Gedanken. Ich war wirklich fein damit. Und trotzdem hatte ich immer wieder das Gefühl, ach guck mal, die Typen sind dünner als ich. Ah, guck mal, die haben eine schöne Freundin. So, naja, wer guckt mich dann auch an? Wer will mich denn schon haben? Und natürlich gibt es Leute, die auf Kerle stehen. Oder jetzt im anderen Fall auf Frauen stehen, die ein bisschen mehr wiegen natürlich. Aber das ist halt nicht die Norm. Und ich wollte nicht abnehmen, um der Norm zu entsprechen. Nein, ich wollte abnehmen oder ich wollte was verändern, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass irgendwas in meinem Leben sich verändert und dass es sich zum Negativen verändert. Ich bin jetzt im Stand des Videos 28. Ich werde demnächst 29. Also ich bin kurz vor der 30. Und man sollte doch mit 30 oder mit fast 30 erkennen, dass es Dinge gibt, die man ändern muss, um zu einem Ziel zu kommen, das für einen gesünder ist. Oder gesünder als der Lebensstil zuvor. Wie gesagt, ich hatte am Anfang des Jahres 151 Kilo. Ich bin jetzt bei ungefähr 137. Und ich habe nie ein Video dazu gemacht. Ich wollte immer. Aber ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht. Ich möchte es nicht. Weil die meisten Leute denken von dir, ja, du bist übergewichtig. Du frisst sehr viel Fastfood, McDonalds-Scheiße, sehr viel Chips, Süßigkeiten, säufst dir irgendwie, was weiß ich, richte Cola rein mit richtigem Zucker. Da bin ich null Fan von. War ich noch nie. Werde ich auch nie sein, by the way. Und die Leute gucken nicht dahinter. Und das müssen sie eigentlich auch gar nicht. Denn das ist dein Leben. Und wenn du dich unwohl fühlst, wenn Leute zu dir sagen, boah, du hast aber wirklich zugenommen und du fühlst dich unwohl damit, musst du gucken, okay, was könnte ich ändern. Und das war nicht der Hauptgrund, warum ich den Weg eingegangen bin und gesagt habe, ich muss jetzt was verändern. Das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war meine Gesundheit. Ich bin immer wieder zum Arzt gegangen, habe gesehen, okay, gewisse Werte, kritische Werte steigen an. Ich muss Blutdruck-Tabletten nehmen, die den Blutdruck senken. Ich habe im Normalfall, wenn ich die Tabletten nehme oder jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, ich hatte wirklich einen Normalwert, egal ob ich jetzt am Schlafen war oder aufgewacht bin oder vor dem Schlafen oder so, ich hatte meistens einen Wert von 145 zu 95 mit einem Puls von 80, 90. Ich nehme seit zwei Jahren circa, seit anderthalb bis zwei Jahren Blutdruck-Tabletten. Es hat sich irgendwie gar nichts gebessert. Ich dachte so, hä, ich nehme eine Tablette, okay, ich bin hoch auf anderthalb. Der Puls ist gut runtergegangen, aber der Blutdruck selber weiterhin oben. Ich dachte so, hä, mein Arzt gesagt, naja, okay, dann versuche ich irgendwann mal zwei Tabletten und ich dachte mir so, nee, mir wird schlecht davon. So. Meine Schilddrüsentabletten wurden hochgestuft, okay, alles fein, bin ich fein mit gewesen, war okay. Trotzdem hat sich irgendwie nie so richtig was verändert und mein Lebensstil, ich wusste, okay, gut, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag reinbringen, ein bisschen mehr irgendwie spazieren gehen, Fahrrad fahren. Das war mir alles klar. Kurz mal gegen die Kamera getreten, gegen das Stativ. Mir war das alles klar, mir war das alles bewusst. Und obwohl es mir bewusst war, konnte ich mir nicht eingestehen, dass ich endlich mal den ersten Schritt gehen muss. ein bisschen staubig. Den ersten Schritt gehen muss. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen über mein vorheriges Leben zu reden. Versteht mich nicht falsch. Ich habe jetzt, wie gesagt, 137 Kilo, das heißt, ich habe 14 Kilo abgenommen und so richtig mit dem Abnehmen habe ich angefangen vor ungefähr zwei, drei Monaten. So Mitte des Sommers ungefähr habe ich angefangen mit dem ganzen, die Lebensumstellung halt einfach. Mit dieser ganzen Lebensumstellung. Und ich habe mich unwohl gefühlt. Körperlich. Ich bin rausgegangen und dachte immer so, oh, guck mal, die Leute gucken mich an. Scheiße so, oh, guck mal, ne. Ich bin nicht irgendwie der Typ von wegen, ah, cool, der Empty so, ne. Ich war halt der Typ so, guck mal, der Dicke halt einfach, ne. Der Typ, der bestimmt irgendwie jeden Tag bei McDonald's sitzt. Ich hasse McDonald's, by the way. Der Typ, der irgendwie das und das macht so. Und ich habe mich unwohl gefühlt. Und ich konnte das gut verstecken. Ich konnte gut mein Pokerface aufsetzen. Mir war das dann irgendwann nicht ganz egal, aber ich dachte so, naja, scheiße auf Menschen so. Ich bin sowieso ein introvertierter Typ so. Das interessieren mich Menschen. Und das Ding ist, irgendwann kam der Moment durch die ganzen Blutwerte. Die Werte haben sich teilweise verschlechtert. Ich habe mich immer unwohler gefühlt. Ich war müde. Von jeder Kleinigkeit war ich müde. Ich musste mittags mich hinlegen und schlafen, weil ich, vollidiot, es nicht gebacken bekommen habe, nachts mal wirklich länger als zwei oder zweieinhalb Stunden zu schlafen. Warum? Schlafatmühe. Schlaf- oder Atemaussetzer. Warum? Übergewicht. So. Und ich habe mich gegen eine Maske gewehrt, gegen diese Atemmaske. Was man da benutzen kann. Ich habe mich dagegen gewehrt. Weil ich mich sowieso tausendmal drehe und dann habe ich gedacht, weißt du, dann wache ich sowieso die ganze Zeit auf. Scheiß drauf. Ich war tagsüber müde. Ich habe kaum gepennt. Ich musste mich tagsüber hinlegen. Mein Tag war im Arsch. Ich habe ein bisschen was gemacht. Wenn ich mal einkaufen war, war ich todes müde. Und irgendwann kam mir der Sinn oder der Gedanke, weißt du was, deine Ernährung ist scheiße. Und ich bin kein Fastfood-Mensch gewesen. Die sind jedenfalls nicht diese typischen Fastfood-Sachen. Und ich bin auch kein Fan von Chips und Schokolade und dieses süße Getränkenscheiß. Da bin ich kein Fan von. War ich noch nie. Das Ding ist aber, müsst ihr euch vorstellen, ich habe mir so gedacht, ich esse ja nicht viel. Ich habe wirklich nie viel gegessen. Ich war nie der große Esser. Aber ich habe falsch gegessen. Ich habe den ganzen Tag gefühlt nichts gegessen. Gar nichts. Und da habe ich es irgendwann mal nachmittags geschafft, aus dem Haus zu gehen. Weil Haushalt machen, duschen. Trotz Depressionen habe ich das trotzdem immer gebacken bekommen. Wäsche machen, duschen, Haushalt generell. Das habe ich immer irgendwie hinbekommen. Egal wie depressiv ich war. Das waren immer wichtige Punkte. Hygienisch aus dem Haus gehen. Und wenn ich mal aus dem Haus war, bin ich zum Einkaufen gelaufen. Rückenschmerzen. Oh, meine Füße tun weh. Oh, meine Beine tun weh. Hm, scheiße. Musste mich im Park hinsetzen. Und da war ich mal einkaufen, müsst ihr euch vorstellen. Und bin ich nach Hause gekommen. Und dann habe ich Hunger. Den ganzen Tag nichts gegessen. Was habe ich mir gekauft beim Einkaufen? Keine normalen Sachen. Ich habe mal Salat. Wer frisst einen Salat? Und wenn ich mal Salat geholt habe, dann mit diesen ganzen Light-Dressings, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, 1% weniger Fett drin ist. Aber hey, da steht Light drauf. Coole Sache. Ja, ist eine Verarschung, by the way. So. Genauso wie diese fettreduzierten Süßigkeiten. Ah, weglassen den Scheiß. Weglassen. Ab und zu kann man sich das gönnen, aber wenn man die Zahlen, die hinten draufstehen, wenn man sich das Ganze zu Herz nimmt, diese ganze Ernährung, wenn man sich ab und zu mal was gönnt. So. Wie sah mein Tagesablauf aus, wenn ich einkaufen war? Den ganzen Tag nichts gefuttert. Kohldampf ohne Ende gehabt. So, und jetzt kommen Sachen, oder jetzt erzähle ich über Dinge, über diese Maßen, die, oder Massen teilweise, die ich gegessen habe und mir kam das wenig vor. Weil ich habe, ich habe wirklich einmal am Tag gegessen und dachte so, ja, das ist es. Ne, ganzen Tag Hunger gehabt. Und ich dachte so, hä, ich habe ja Hunger, muss ich ja was essen. So, ich kann ja nicht irgendwie nichts essen. Und immer wieder Streit angefangen mit meinen Leuten, Familie, Freunde. Ich so, ey, ich esse den ganzen Tag nichts außer einmal. Ey, das kann doch nicht sein. So, was habe ich gegessen? So, ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen Fertignudelsalate, Kartoffelsalate, die ganze Scheiße. 1200 Kalorien, roundabout. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf. 1200 Kalorien. Total viel Fett und Mayonnaise drin, auch wenn da stand, äh, Fett reduziert. So, muss man mal kurz gucken, wie viele Minuten ich jetzt schon gelabert habe. Ich muss gleich irgendwie einen Cut machen, wenn ich weiterreden will. Die Kamera nimmt jetzt gerade nur 20 Minuten auf. Mal gucken. Ich habe, ne, Fertignudelsalat, Fertig, äh, Kartoffelsalat, diese Fertig-Scheiße. So, dann habe ich mir ein Päckchen, also so eine Packung Würstchen gekauft, diese Wiener, weißt du, ne, so, und meist da auch die halbe Packung gegessen, manchmal auch die ganze. Es kam halt drauf an, wie krass ich Hunger hatte. So, dazu zwei bis drei Brötchen. Ja, so, zwei bis drei Brötchen. Als Dip, als Dip für die Wiener meistens irgendeine Crunch, weißt du, diese ganzen Frischkäse-Scheiß-Dinger, ne, wo eine Packung irgendwie, keine Ahnung, 500 Kalorien hat oder sowas. Manchmal irgendwelche Knorr-Soßen, wo ich dachte, ja, komm, es sind ja nur Soßen, ist ja nicht viel. Und natürlich habe ich ab und an mal hinten drauf geguckt und dachte so, okay, krass, so viele Kalorien, ja gut, okay, ich habe ja nichts gegessen den ganzen Tag, das wird schon hinhauen. So, dass die Produkte aber Kohlendritrate haben einen Haufen oder Fette oder gewisse sogar sehr viel Zucker, das war mir egal. Ich dachte so, ja gut, ja, die 500 Kalorien, gut, okay, da nochmal 1200, ja gut, okay, das wird schon irgendwie passen. Und es gab halt nach wie vor einmal die Woche einen Tag in der Woche, da habe ich schon um die 12, 13 Bier dazu getrunken und manchmal noch ein bisschen hartes Zeug. Und ich dachte immer so, ja gut, okay, ja, ich trinke, okay, alles klar. Und nach dem Trinken, Kohldampf gehabt. So, und manchmal gab es wirklich Tage nach diesem verspäteten Frühstück, ne, wo ich halt dann wirklich hingegangen bin und mir nochmal was Warmes gemacht habe. Irgendwas, ein Gefriergericht, was schnell geht. Ah, ich habe keinen Bock Gemüse zu schneiden oder Salat zu machen. Ah, komm, einfach Packung auf, rein damit, alles rein, alles gut so, ne. Kaum Nährstoffe gehabt, die Scheiße. Und mir ging es immer schlechter. Ich war müder, ich konnte kaum durchpennen. Ich habe mich schwach gefühlt, meine Gelenke taten weh, meine Knochen taten weh, Kopfschmerzen, Bluthochdruck. Ich war ständig aggressiv und depressiv. By the way, depressiv bin ich noch immer, auch wenn ich jetzt 14 Kilo abgenommen habe. Das hat für mich persönlich nicht ganz so damit zu tun. Man hat immer noch seine Probleme, selbst wenn man auf die Ernährung achtet und so weiter. Und ich bin einkaufen gegangen, mir ging es so scheiße. Irgendwann habe ich zu meinem Bruder gesagt, kannst du mir das mitbringen und das mitbringen und das und das und das. Und klar hat er das gemacht, aber er hat immer wieder gesagt, ey, geh doch mal alleine. Er ist so, nee, ich bin müde, ich muss mich da nochmal hinlegen, bisschen, ich habe nicht gepennt. Und ich dachte halt so, naja, ich kann ja nichts dafür, wenn ich müde bin. Und ich Magnesium gefressen, Eisen gefressen, diese ganzen Supplements, nichts gebracht, gar nichts. Und ich immer wieder zum Arzt, immer wieder die Ärzte so, ja, ist halt Übergewicht. Ich so, ach komm, weißt du, ein Hate geschoben auf die Ärzte. Ich so, die Ärzte haben keine Ahnung. Und mir war das irgendwann zu blöd. Und ich habe angefangen dann, unter der Woche selbst einkaufen zu gehen, mit dem Fahrrad, war super am Arsch, super kaputt, musste trotzdem mittags pennen, weil ich kaum gepennt habe. Und ihr müsst euch vorstellen, ich rede jetzt kurz noch eine Minute, dann mache ich kurz einen Cut. Ihr müsst euch vorstellen, das Ding ist an dieser Sache, dass mir das irgendwann zu dumm wurde. Mein Bruder hat sich im Fitnessstudio angemeldet und hat mich einfach mal zum Probetraining mitgenommen. Und ich dachte so, okay, gut, ja, neuer Vertrag, ah, scheiße, ich werde da sowieso nur zwei, dreimal hingehen. Und dann halt nicht mehr, weil die Leute gucken und ah, ich werde das sowieso nicht packen und ah, ich muss scheiße, ich muss die Ernährung umstellen und ah, das kann ich doch nicht und wie soll ich ins Gym gehen, wenn ich müde bin? Scheiße. Und mein innerer Schweinehund hat fast gewonnen, fast. Und dann habe ich angefangen, mich zu verändern. Ja, wie gesagt, ich habe nur 14 Kilo abgenommen. Ich mache mittlerweile sehr viel Kraftsport, heißt, ich würde wahrscheinlich noch mehr abnehmen, wenn ich einen Kraftsport minimieren würde, aber ich sehe halt einfach anhand vom Maßband und von Bildern, die vorher, nachher Bilder, ja, dass sich ein bisschen was verändert hat. Und irgendwann habe ich angefangen zu sagen, weißt du was, ich muss irgendwas ändern. Ich muss jetzt dieses Geld ins Gym investieren. Ich muss anfangen, meine Ernährung zu ändern. Und vorher immer sehr viel Schweinefleisch, sehr viel abgefrorene oder eingepackte gefrorene Scheiße halt einfach, ne, wo kaum Nährstoffe drin sind. Ich habe ab und zu mal auf die Packung geguckt, dachte so, ja gut, okay, die Handvoll Kalorien, was da ein Fett drin ist, Kohlenhydrate, Zucker, das war mir alles egal, Eiweiß hat mich nie interessiert. Und auch Salat oder so, weil ich dachte so, ja, wenn ich Hunger habe, weil ich den ganzen Scheißtag nichts gegessen habe, warum soll ich mich da zufrieden geben mit einem Scheiß Salat? Und mein Problem früher, als ich, ich habe sehr viele Diäten versucht, ne, und mein Problem, oder mein größtes Problem war halt immer, ich habe mich immer versucht, runter zu hungern. Ich hatte den ganzen Tag Hunger. Da habe ich was gegessen und war unzufrieden, weil halt nach einer Scheißwoche nichts passiert ist, kein Gewicht verloren, unzufrieden, aggressiv, depressiv gewesen. Ich dachte so, hä, für was mache ich die Scheiße? Interessiert doch keine Sau. Juckt mich nicht, was die Leute von mir halten. So, dann habe ich halt weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und mir ging es halt einfach nicht gut bei der Sache. Und dann kam Tag X vor zwei bis drei Monaten, zweieinhalb Monaten circa. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich kann so nicht weiterleben. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe den Alkohol reduziert. Ich habe nicht mehr zwölf, dreizehn Bier getrunken, sondern noch vier Bier und ich kam damit klar. Und auch jetzt noch, wenn ich Bock habe auf ein paar Bier, dann trinke ich ein paar Bier, esse aber dann im Nachhinein nichts mehr und habe trotzdem Erfolge. Viele sagen, ach ja, ich kann mir da nichts mehr gönnen, keine Schokolade, keine Chips, oh süße Sachen, oh scheiße, da muss ich drauf gucken. So schlimm ist das nicht. Alle denken immer, das wäre irgendwie eine Kunst, so eine Wissenschaft oder eine Mathematik. Das ist es nicht. Die Ernährungsumstellung ist das Erste. Schweinefleisch und Rind habe ich gemieden. Ich esse fast durchgehend Geflüge. So, beispielsweise morgens, bevor ich ins Gym gehe. Ich gehe drei bis vier Mal die Woche ins Gym. So, ich mache mittlerweile ganz, also ganz Körpertraining, dass ich halt diese Tage Pause habe. Wenn ich aber da besser drinne bin und auch ein bisschen fortgeschrittener bin, was meine Erfolge betrifft, werde ich da auch halt Split-Training machen. Heißt, an dem Tag Oberkörper, an dem Tag das, die Muskelgruppe, an dem Tag vielleicht nur ein bisschen Cardio. Das werde ich dann alles zu dem Zeitpunkt ändern, wenn ich dann Bock drauf habe oder wenn es mir passt. Mittlerweile mache ich sehr gute Fortschritte. Und bevor ich ins Gym gehe, müsst ihr euch vorstellen, man denkt sich so, oh weiß ich nicht, ich habe mir eine fette Playlist gemacht und packe da immer wieder Songs drauf, die mich einfach motivieren. Elektro-Hip-Hop-Musik, Funk-Musik, wenn euch das was sagt. Immer wieder ein bis zwei Stunden Content auf mein Handy laden. Ich habe mir eine Bauchtasche gekauft. Ich habe mir Bluetooth-Kopfhörer gekauft, deswegen. Bevor ich ins Gym gehe, manchmal esse ich nichts, es gibt aber auch Tage, da esse ich was. Was esse ich denn? Ich esse ein bis zwei Reiswaffeln, mit ein bisschen Putenbrust drauf. Vielleicht eine Tomate dazu, vielleicht ein Apfel vorher, nur ein Apfel. Dann gehe ich ins Gym für zwei Stunden, mache da mein Training, mache da mein Cardio, gehe dann im Nachhinein einkaufen, dass ich auch das hinter mir habe und kaufe mir da halt einfach ein Mittagessen. Bisschen Hähnchen, bisschen Gemüse, manchmal Kartoffeln, manchmal ein bisschen Reis, wenn ich mir einen Koch, also einen Beutel Reis abkoche. Manchmal auch ein bisschen Nudeln, Dinkelnudeln zum Beispiel. Gucke auf die Kalorien, ah ok, Kohlenhydrate ok, Kohlenhydrate ok, gehe ich nicht über 200, ok, Eiweiß ok, versuche ich auch bei 180 bis 200 Gramm am Tag zu sein, ok, Fett und Zucker reduziert oder gar kein Zucker und gar kein Fett, ok, ist das Beste geil. Dann esse ich was, also heißt, morgens esse ich manchmal was, nicht immer, aber manchmal, dass ich ein bisschen Energie habe, aber nicht ganz so viel Energie. Dann gehe ich ins Gym, mache da halt einfach meinen Scheiß, gucke mir YouTube Videos an. Ich gucke mir diverse Videos an, wie Leute trainieren, dass ich mir was abgucken kann, wie man am besten Kalorien verbrennt. Nach dem Gym gehe ich nach Hause, gehe duschen, mache mir dann das gute Mittagessen, bin halt wirklich no joke, bis 21 Uhr gefühlt satt und dann esse ich meist noch einen Apfel oder gehe hin und sage, weißt du was, ich schneide mir jetzt eine Gurke auf, eine ganze, schneide die zusammen, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Kräuter, ein bisschen Magerquark halt einfach, weil das ja auch alles Eiweiße sind, die man braucht und esse das halt einfach so. Und was passiert, ich gehe einmal die Woche, äh, nicht einmal die Woche, sondern alle zwei Tage gehe ich auf die Waage, einfach nur, weil ich süchtig bin nach diesem Erfolg, was ja auch passiert, die Zahlen gehen ja runter und ich messe mich einmal die Woche, meinen Bauch, meinen Bundumfang, meine armen Beine und ich sehe so viel Fortschritt. Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, 144 cm Bauchumfang, ne, vom Hohlkreuz bis zum Bauch und jetzt habe ich 128,5 so circa, ich habe Fortschritt gemacht oder 148 cm hatte ich, genau, 148 cm, habe ich mir so aufgeschrieben. Ihr müsst Vorher-Nachher-Bilder machen. Ich habe Ganzkörperfotos von mir gemacht, beziehungsweise meinen Bruder von mir und ich habe vom Spiegel immer gedacht, ja gut, ich bin halt dick, okay, aber, ja, ich meine, solange ich die 200 Kilo nicht überschreite, gut, passiert halt schon nichts, dachte ich. So, dann habe ich mal diese Ganzkörperfotos, äh, angeguckt. Ich werde, sobald ich umgezogen bin, so, wenn ich noch ein bisschen Brokers gemacht habe, werde ich ja nochmal ein Video zu dem Thema machen und werde mir diese Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Und ich habe mir so gedacht, boah, was bin ich für eine fette Sau geworden. Wow, Alter, so sah ich früher nicht aus. Und natürlich, die Klamotten passen nicht mehr. denkst du so, okay, scheiße, da sehe ich scheiße aus, okay. Ich war unzufrieden. Ja, war klar, ich muss was ändern. Ihr müsst Vorher-Nachher-Bilder machen. Ihr müsst euch mindestens einmal die Woche mal messen mit dem Maßband, weil oftmals, vor allem, wenn ihr Krafttraining macht, denkt ihr so, hä, ich habe diese Woche halt einfach nur 200 Gramm abgenommen, das kann doch gar nicht sein. Doch, messt euch mal. Ihr seht Fortschritte. Krafttraining, Muskeln wiegen, soweit ich weiß, mehr als Fett. Und ihr baut auch Muskeln auf, vor allem am Anfang, wenn ihr vorher keine Bewegung hattet. Geht einfach mal mit dem Fahrrad ein bisschen spazieren, nicht spazieren, aber ein bisschen Radfahren, ein bisschen spazieren, einfach mal einkaufen, selbst wenn ihr nur ein bis zwei Flaschen Wasser braucht, einfach mal weggehen, nicht mit dem Auto oder sonst was, einfach mal ein bisschen spazieren, ein paar Schritte sammeln, ja, ein bisschen die frische Luft genießen, egal ob Winter oder Sommer. Und vor allem die Ernährung ist für mich ein Punkt gewesen, wo ich dachte, ja, das bringt halt eh nichts. Doch, ich bin satt, ich habe keinen Hunger. Ich esse sehr viele Proteine, Proteine machen sehr satt. Klar, natürlich Kohlenhydrate, ne, esse ich natürlich auch, brauche ich ja, ne, nennt man Isolinausschüttung und das ist ja auch gut für den Muskelaufbau, so im späteren Fall auf jeden Fall, was ich halt von einem Coach weiß. Und ich halte mich an sowas. Ich gucke mir sehr viele Übungen an, mache sehr viele Übungen, Kraftsport, sehr viel Cardio. Mein Blutdruck ist runtergegangen. Ich brauche keine ganze Tablette mehr oder eineinhalb Tabletten oder sogar zwei. Ich brauche eine halbe Tablette. Mein Blutdruck ist total in Ordnung. Ich habe dauerhaften Puls von 60, 70. Wenn ich im Gym war, ist er 100, das war's, dann regeneriert er sich wieder auf 60, 70 so ungefähr. Mein Blutdruck ist besser geworden. Ich schlafe nur noch einmal und das ist nachts. Ich schlafe fünf bis sieben Stunden durch. Fünf bis sieben Stunden, das hatte ich vorher nicht. Ich meine, nur durch diese 14 Kilo abnehmen ist diese Schlafatmüll scheiße, dieses Schlafatemaussetzer, das ist besser geworden. Ich kann durchschlafen, ich bin fitter, ich kann ins Gym gehen, ich habe weniger Kopfschmerzen. Gut, die Depression ist nach wie vor da. Trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo ich sage, okay, komm Depression, ich muss da ein bisschen drauf verzichten. Ich kann es jetzt nicht durchgehen lassen, ich muss mich motivieren. Ich gehe duschen, ich putze Zähne, ich gehe ins Gym, ich ballere da halt einfach mein Training durch. Nach einer Woche gehe ich wieder irgendwie auf die Waage oder nach zwei, drei Tagen, nachdem wie ich Bock drauf habe. Guck beim Maßband, ich denke mir so, okay, cool, krass, ich habe Fortschritte gemacht. Ich bin fitter als vorher. Mir geht es viel besser. Die Ernährung ist Punkt eins, was ihr erinnern müsst. Und es ist so einfach. Ihr denkt wahrscheinlich, genauso wie ich am Anfang, du kannst nur noch Salat essen und am besten so, weiß nicht, 50 Gramm Fleisch oder 100 Gramm Fleisch so ins Steak und dann war es das. Nein, ihr könnt den ganzen Tag rund um die Uhr fressen. Aber die richtigen Sachen. Keine Fastfood-Scheiße mehr mit dem ganzen Fett drin. Die ganze Mayonnaise-Scheiße, der ganze Mist. Auch Rinderhackfleisch schmeckt mir nicht mehr, weil da so viel Fett drin ist. Ich bin so ein Fan von Hähnchen mittlerweile und versuche auch mittlerweile auf Fisch umzusteigen. Sehr viel Quark, sehr viel Salat. Du kannst so viel mit körnigem Frischkäse machen. Ernährung, ich kann nochmal über das Thema Ernährung, was ich halt genauer esse und wie ich das zubereite und so weiter, kann ich ja gerne nochmal ein extra Video machen. Ich wollte einfach mal diese Vorlage bieten. Ich wollte einfach mal mit diesem Video hier eine Vorlage bieten zu diesem Video, was ich danach machen werde, dieses Body Positivity Video, weil mich das einfach abfuckt, wenn Leute sagen, nein, oh, guck mal, ich wiege 140, 150 Kilo plus. Oh, ich bin nicht übergewichtig. Nein, ich bin mehrgewichtig und oh, ich habe mir diese Doku angeguckt. Habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen. Diese, was heißt Doku, keine Doku. Das ist 13 Fragen an Bubble Video, wo es um dieses Thema Body Positivity geht. Und da war eine Frau, eine übergewichtige Frau und ein Arzt, Doc Felix, hat zu ihr gesagt, ja, aber guck mal, das ist ungesund halt einfach. Wenn du diese Lebensart hast, das ist ungesund. Du musst halt gesund leben. Gesund sein ist sexy und es ist so ultra sexy. Ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen über geile Gerichte, die man sich rein snacken kann, die wenig Kalorien haben und trotzdem geile Nährstoffe haben. Ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen über Übungen, Workouts und so weiter. Ich bin ein viel fitterer und besserer Mensch als vorher, ein wirklich entspannterer Mensch halt auch. Die Aggressionen sind runtergegangen. Ich kann mittlerweile rausgehen und ich sehe, ey, am Bundumfang, geil, cool, da macht sich was. Ich bin lange, lange, lange nicht bei meinem Ziel angekommen. Meine Größe genauso. Ich dachte immer so, ja gut, auf die Größe kannst du halt schon so viel wiegen. Ich habe ja immer gesagt, ja, ich bin so 1,80 cm circa groß. Ich bin davon 5 cm entfernt. Auf meinem Ausweis, der steht 1,76 cm mit Schuhen. Wenn ich die Schuhe aus habe, bin ich 1,75 cm circa. So, und wenn du da über 140, über 150 Kilo wiegst, das ist nix. Dein Körper geht kaputt daran. Dein Herz geht kaputt daran. Dein Herz, deine Organe, deine Gelenke, du bist einfach nicht mehr fit. Dein Gehirn, du bekommst nicht genug Sauerstoff halt einfach. Also, nicht bei jedem ist das so. Bei mir war das halt so. Und das ist ja die Geschichte, die ich gerade teilen will. Und, ihr müsst euch einen Plan machen. Guckt die ganze Zeit auf, auf, äh, bei einem, Aufnahmeprogramm. Ähm, ihr müsst euch einen Plan machen. Ihr müsst euch überlegen, was mache ich im Gym, wenn ich ins Gym gehen will. Ihr müsst am Anfang, wenn ihr sagt, oh ne Gym, oh das ist mit einem Vertrag gebunden. Geht raus spazieren, sammelt eure 5000 bis 10.000 Schritte. Es ist so angenehm. Fahrt ein bisschen Fahrrad, fahrt ein bisschen spazieren. Setzt euch in den Park für ein paar Minuten. Wenn ihr denkt, oh ich hab jetzt ein bisschen Hunger, ähm, geht in den Park, fahrt zum Park, kauft euch, äh, einen Becher König und Frischkäse für einen Euro. Ähm, kauft euch so eine Packung Hähnchen, also diese, diese Fertighähnchen, wo du zu kaufen kriegst. Ähm, sind ein paar Hähnchen, ähm, Stücke drinne, das mischt jetzt zusammen, vielleicht noch irgendwie eine halbe Gurke dazu, ne, eine gute Flasche Wasser. Da seid ihr bei 500 Kalorien, 400, 500, und da seid ihr satt, bis nachmittags. So, und ihr habt was gemacht, ihr verbrennt das ja auch wieder, ne, Stoffwechsel. Das sind alles Dinge, da muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Das ist so easy, und das macht so viel Spaß, und sich gesund zu ernähren, und Sport zu machen, das sind alles so attraktive Dinge. Und das meiste, was mich an diesem Ganzen erfreut, abgesehen von diesem Erfolg, der sehr schwer zu erreichen ist, by the way, du gehst jetzt nicht irgendwie eine Woche ins Gym, und hast 10 Kilo abgenommen. Das funktioniert so nicht. Es gibt Wochen, da nehme ich nur, oder eine Woche, da nehme ich jetzt beispielsweise nur 500 Gramm ab, als Beispiel. Ne, es gibt aber auch Wochen, da nehme ich halt dann in der Woche 1,5 Kilo ab. Wie gesagt, in zwei Monaten, zweieinhalb Monaten Gym, drei bis vier Mal in der Woche ins Gym, viel Cardio, Ernährungsumstellung, so wichtig, ich bin satt, ich bin nicht so, dass ich abends sage, oh, ich habe noch voll Hunger, oh, ich muss jetzt Hunger ins Bett gehen. Mach ich nicht. Das passiert nicht. Das wird dir nicht passieren. Die ganzen Proteine, wo du zu dir nimmst, das macht es so satt halt einfach. Du musst nicht auf Nudeln verzichten, oder Kartoffeln, oder Reis. Musst du nicht. Du musst halt nur gucken, dass die Menge passt. Du darfst nicht über gewisse Dinge hinaus. Fett, Zucker, am besten meiden. Kohlenhydrate reduzieren. Proteine. Diese ganzen Sachen, süße Sachen weglassen am besten. Es ist so einfach halt einfach. Und dann macht es Spaß, und es ist toll, ins Fitnessstudio zu gehen. Und selbst wenn du dann denkst, oh, ich habe keinen Bock heute, dann gehst du trotzdem ins Gym, ballerst deine ein bis zwei Stunden, Training, kommst nach Hause, du bist so fit und energiegeladen. Ich komme nach Hause. Ich denke mir nicht so, oh, ich bin so müde, ich muss schlafen. Nee, ich bin dann meistens noch bis nachts wach. Dann penne ich meine fünf bis sieben Stunden, dann geht es weiter. So. Natürlich ist alles nochmal eine andere Sache, wenn man jetzt irgendwie eine Arbeit hat, und eine Familie, und irgendwie andere Hobbys, dann muss man das aufteilen. Aber selbst dann hat man bestimmt zwei bis dreimal die Woche immer Zeit, eine Stunde irgendwie ins Training zu gehen. Und vor allem die Ernährung. Man kann irgendwie vorkochen für zum nächsten Tag. Ich werde dann nochmal ein ausführlicheres Video machen zu dem Thema. Keine Sorge. Ich hoffe, bis hierhin habt ihr so ein bisschen was mitnehmen können. Das war so ein bisschen mein Fortschritt. Ich habe gedacht, ich teile ihn einfach mal mit euch als kleine Vorlage zu dem Thema Body Positivity. Und da würde ich sagen, ich bin mit diesem Video hier, oder mit diesem Schlusswort hier erstmal raus. Guckt gerne in die Videobeschreibung, könnt mir gerne auf Instagram folgen, TikTok, auf Discord-Server, auf dem Discord-Server entscheiden. Und bin zufrieden soweit. Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Fortschritt. Ich bin stolz darauf, dieses Video gemacht zu haben. Ich bin viel fitter. Bei jedem anderen Video vorher, hätte ich jetzt gesagt, oh, ich bin jetzt total müde. Ich bin fitter. Ich bin viel fitter und agiler. Ich schlafe viel mehr. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Depressionstechnisch, das ist halt nur mal so, wie es ist. Aber insgesamt, körperlich, mir geht's viel besser als vorher. Das ist mein Schlusswort. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, aber ciao und servus.